Gestern sind viele Jugendliche zu den Kaputinern gekommen, weil es halt sehr lustig dort ist und dann machen wir immer an einem Tag irgendwas besonderes für die Verstorbenen. Wir sind gerade am Friedhof, wo er bald Allerheiligen ist und wir gehen jetzt so vom Grab zu Grab und kümmern uns halt um die verlassenen Gräber. Es gibt nämlich viele Gräber, um die sich halt niemand mehr kümmert. Deshalb tun wir uns darüber kümmern. Wir haben heute beschlossen, dass wir die Kerzen anzünden und zu den Gräbern stellen und sich um das Unkraut wegschneiden, damit es schöner ausschaut. Mir gefällt es, was zu machen, weil es schön ist, was Gutes zu tun. User zwei drei zwei zwei drei zwei fünf Vielen Dank.